Hey Minecraft-Freunde! Heute zeige ich euch mit dem neuen Execute, wie ihr so Partikel hinter euch fliegen lassen könnt. Und wenn ihr euch für sowas interessiert wie Minecraft, Command-Blöcke und noch viel mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, um auf dem Lauf hin zu bleiben. Hier erscheinen regelmäßig neue Videos. Bleibt dran! Hier sind wir wieder, hallo. So, Leute, was geht? Zu eigener Sache, erstmal ganz viel Werbung. Hey, wusstest du schon? Ich habe jetzt auch Twitch, ich streame da regelmäßig. Und wenn ihr solche verrückten Sachen erleben wollt, wie das zum Beispiel. Und dann schaut gerne vorbei, wenn ich nicht live bin. Wir sehen uns. Dann haben wir noch Discord. Discord-Link ist in der Videobeschreibung, Leute. Wie auch mein Twitch-Link. Wie gesagt, regelmäßig live. Kommt rein. So, Kommentar des Tages. Ist heute der liebe BotPlaysMC. Er ist der 180. Liker. Findet deine Videos immer toll. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Und du möchtest im nächsten Video auch vorgelesen werden. Dann schreib mir einen Kommentar mit Hashtag und deinen Like-Zahl dahinter. Und vielleicht bist du der nächste im Video, den ich vorlese. So, hier sind wir nun wieder. Tut mir leid für die kleinen Inaktivitäten schon wieder. Ich war jetzt zweimal krank. Und egal. So, fangen wir an. Und zwar drei Befehle. Easy peasy. Bizi peasy. Wir gucken rein. Was machen die hier? Der hier macht das hier. Guck. Der lässt die Partikel laufen hinter euch hinterher. Einfach, okay? Wir lassen die Partikel hinter uns nämlich spawnen. Also unter uns. Guck. So. Wir schauen rein. Alle Befehle sind gleich. Execute as at at. Add as one particle. Was macht das? Es lässt der Command Block führt den Befehl aus an die Position des Spielers und lässt bei der Position des Spielers diesen Partikel spawnen. Okay? Das wäre die Partikel Nummer eins. Das wären dann diese Flammen. So. Weiter geht's. Das nächste wäre das hier. Das ist einfach so ein Emitter. Todes. Wortfindungsstörungen. Egal. So. Wir schauen rein. Einmal das wäre das hier. Destroyer. Genau das hier. So. Was ändert sich hier in dem Fall wieder? Nur hinten die Partikelnahme. So. So. Wir haben 10 Uhr morgens gerade. Ich bin noch ein bisschen schuckischucki im Kopf. Deswegen verzeiht mir. Und zum letzten. Das wären die Herzchen. Herzen sind immer schön. Herzen sind toll. Wir lieben alle Herzchen. Bin schon rein. Das hier wäre dann der Befehl. Und ja. Das war schon das kleine Top 3 Video. Hey und das war's schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Und schreibt mir, was ich euch als nächstes zeigen soll. Und hier geht es zu zwei spannenden Videos, die dich interessieren könnten. Um keine Videos mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Zu guter Letzt teilt das Video mit euren Freunden, mit euren Haustieren und mit dem Goldfisch des Vertrauens. Cheers! !